Ratschlag. Ratschlag ist eine Empfehlung, ein Vorschlag. Ratschlag ist ein Rat, dem man zu einem bestimmten Problem gibt. Ratschläge ist der Plural von Ratschlag. Ratschläge ist auch der Plural zum Wort Rat, denn Rat gibt es nur im Singular. Ratschlag kommt also von Rat und Rat heißt zum einen Empfehlung, Vorschlag, Rat heißt aber auch gemeinsame Überlegung. Rat kommt auch von Raten und Beraten, Rat halten und dann kommt man zu einem klugen Rat und dann auch zu einem Ratschlag. Ratschlag hieß ursprünglich Beschluss, Schlag hieß eben Beschluss und so ist Ratschlag ein Beschluss über einen bestimmten Rat. Heutzutage bedeutet Ratschlag oft das gleiche wie Rat. Halte dich zurück mit Ratschlägen. Viele Menschen wissen heute eine ganze Menge und zu viele Menschen raten zu viel. Ich gebe dir jetzt den Ratschlag, anderen nicht zu viele Ratschläge zu geben. Das ist jetzt natürlich ein großes Paradox, aber wenn Menschen dir ihre Probleme schildern, dann wollen sie meistens nur Mitgefühl. Wenn du auf jede Schilderung eines Problems sofort mit einem Ratschlag folgst, dann ist das in den seltensten Fällen hilfreich. Natürlich, Ärzte und Heilpraktiker haben die Aufgabe, Menschen Ratschläge zu geben. Aber wenn zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin dir ihre Emotionen schildert, ihre Schwierigkeiten, will er oder sie selten von dir einen Ratschlag. Meistens will er oder sie nur die Probleme ausdrücken und will nur Mitgefühl. Viele Partnerschaftsprobleme, Beziehungsprobleme, auch Probleme zwischen Eltern und Kindern entstehen, weil der eine nur Mitgefühl will und sich ausdrücken will und der andere wohlmeinende Ratschläge gibt, die der andere aber nicht haben will.